Bald ist Weihnachten und dieses Jahr neigt sich dem Ende zu. Mein erster Dank geht an euch, meine Kunden, die mich dieses Jahr mit Aufträgen versorgt haben. Dank euch und natürlich auch dank den Kunden von meiner Frau wurde dieses Jahr für unsere Familie richtig gut und ich möchte mich von Herzen bei dir dafür bedanken. Mein Jahr war dank euch auch sehr vielseitig, denn ich durfte Produkte in Szene setzen, Imagefilme produzieren, Musikvideos und ein Lyricvideo machen, Livestreamen, konnte in Videokursen sogar Kindern zeigen, wie man Videos selber schneiden kann und hatte ich meinen größten Auftrag bisher, den ich nicht einmal zeigen durfte. Er hat trotzdem Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank für all diese Aufträge und damit auch für euer Vertrauen in mich. Natürlich bin ich aber auch euch allen sehr dankbar, die sich meine Videos immer wieder anschauen, denn ohne euch würden all die Stunden hinter der Kamera und hinter dem Laptop gar nicht so viel Sinn machen. In diesem Jahr durfte ich mich von Teilzeit zu Vollzeit selbstständig weiterentwickeln, was unglaublich spannend war, aber auch sehr herausfordernd für meine Familie. Mein Wunsch war es schon länger, mehr Konstanz und Sicherheit in mein Familienleben zu bringen und deshalb freut es mich extrem, dass einer meiner Langzeitkunden mir eine Stelle angeboten hat, die meine Leidenschaft für Videos, aber auch mein Herzensanliegen für gute Inhalte für Kinder verbindet. So darf ich jetzt bei Adonia Schweiz anfangen, werde die coolsten Partys für Kinder organisieren und darf dann eben auch ganz viele Videos und andere Inhalte für Kinder und Erwachsene machen. Was mich daran auch besonders freut ist, dass ich meine Kunden und Projekte mit in diesen Job hineinbringen darf und dazu sogar noch ein Studio und mehr Equipment zur Verfügung haben werde. Für mich wird sich also alles ein bisschen verändern. Für dich bleibt es aber genau gleich. Ich würde mich also riesig freuen, wenn ich auch im neuen Jahr meine Kreativität zusammen mit dem Team bei Adonia für dich, dein Produkt oder dein Unternehmen einsetzen darf. Natürlich dürfen da auch neue Kunden dazukommen und auch all diese Videos dürfen ganz, ganz oft angeschaut werden, solange sie dann auch öffentlich zu sehen sein werden. In dem Sinne bedanke ich mich noch einmal ganz herzlich bei dir, wünsche dir frohe Festtage und ein tolles neues Jahr. Tschüss und bis zu den nächsten Videos. Tschüss. Danke, bis zum nächsten Mal. Danke, bis zum nächsten Mal.